Erziehungsfragen Manche Frage traut man kaum zu stellen, nicht einmal dem Partner, und auch nicht einem Arzt oder Anwalt. Das Thema ist unangenehm, der Einblick in die persönlichen Lebensumstände könnte peinlich werden, vielleicht drohen sogar rechtliche Konsequenzen. Doch wie gut, dass einen Freund gerade ganz genau dasselbe Problem beschäftigt. Fragen wir also doch mal für ihn. Die Frage heute, Kind geurfeigt, sollten Eltern sich entschuldigen? Erziehungsexperten sagen dazu klar ja. Grundsätzlich haben Kinder das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung, erklärt Ulrich Ritzersachs von der Online-Beratung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Dazu gehört auch der Verzicht auf Ohrfeigen, auch wenn dieses Mittel manchmal reizvoll sein kann und sich an manchem Elternteil schon mal die Hand ausgerutscht ist. Dann sollte ich keinesfalls in Panik geraten oder denken ich bin der schlechteste Papa der Welt, so Ritzersachs. Stattdessen sollte man sich beim Kind entschuldigen. Zum Beispiel könne man sagen, ich habe etwas gemacht, das falsch war. Es tut mir leid. Hilfreich sei daneben unter Umständen die offene Frage an das Kind, wie kann ich das wieder gut machen? Oft kommen dann laut Ritzersachs Antworten wie lass uns etwas zusammenspielen. Auch eine kleine materielle Entschädigung findet der Experte nicht falsch, zum Beispiel gemeinsam ein Eis essen zu gehen. Damit es in der Zukunft nicht mehr vorkommt, Ritzersachs dazu, sich zu wappnen und eine Strategie für ähnliche Situationen zurechtzulegen. Wichtigster Tipp, die Situation verändern. Das kann zum Beispiel dadurch erreicht werden, indem man für eine kurze Zeit das Zimmer verlässt. Kinder beruhigen sich meist sehr schnell. Oft reicht es schon, vor der Tür bis 20 zu zählen. Wenn Situationen mit dem eigenen Nachwuchs öfter eskalieren, rät Ritzersachs, sich professionelle Hilfe zu suchen. Quelle Doppelpunkt Deutsche Presse Agentur A. E. F. J. K. P.